Der neuseeländische Scharfzichter Percy Redwood ist reich, beliebt und bald einmal verlobt und er heiratet 1909. Die Hochzeitsnacht verbringt das Paar getrennt. Kurz darauf findet die Polizei in Redwoods früherer Unterkunft Frauenkläder. Der vermeintliche Gentleman wird verhaftet. Es handelt sich um die Betrügerin Amy Bock. Das sehen wir uns nach dem Intro genauer an. Amy Bock war eine tasmanische neuseeländische Hochstaplerin. Ihr übliches Muster bestand darin, emotionale Ansprüche an ihren Arbeitgeber oder andere Bekannte zu erheben, um Geld oder Eigentum zu erhalten. Oder wie etwa Uhren zur Reparatur zu nehmen und dann zu behaupten, sie verloren zu haben. Funktioniert haben auch Einkäufe unter dem Namen ihres Arbeitgebers oder Bekannten zu Tätigen ohne deren Erlaubnis. Sie hat auch ungültige Tickets für Konzerte oder Veranstaltungen verkauft. Sie würde dann aus der Gegend fliehen und, sobald sie erwischt wurde, den Betrug sofort zugeben. Sie verschenkte oft den Erlös ihrer Verbrechen und bekannte sich meist aller Anklagen schuldig, die gegen sie erhoben wurden. Nach 13 Haftstrafen von insgesamt 16 Jahren und zwei Monaten bestand ihr dreister Betrug darin, sich als Mann namens Percy Redwood auszugeben, um die Tochter der wohlhabenden Familie Otago zu heiraten. Und das lief dann so ab. Im Januar 1909 wurde Bock unter dem erfundenen Namen Percy Val Redwood und als wohlhabender Scharfssichter aus Canterbury ein beliebter Gast in einer angesehenen Pension in Dundin. Sie umwarb unter den Deckmantel ihrer männlichen Identität Agnes Ottawe, die Tochter der Vermieterin von Albionhaus, einem großen Gästehaus. Bock behielt ihre männliche Identität bei, indem er angebliche Briefe von Anwälten und Redwoods Familie, Postanweisungen und Kleinkrediten geschickt einsetzte. Percy und Ottawe heirateten im April 1909 in einer aufwendigen Zeremonie, an der 200 Gäste und der örtliche Abgeordnete teilnahmen. Im letzten Moment schrieben Redwoods angebliche Familienmitglieder, dass sie nicht an der Zeremonie teilnehmen könnten. Der Verdacht wurde durch ihre Abwesenheit und durch Redwoods Nichtbezahlen der Schulden im Vorfeld der Hochzeit erhoben. Am Morgen nach der Hochzeit konfrontierten die Eltern der Braut und einige enge Familienfreunde Redwood mit seinen Finanzen und gaben ihm eine Woche Nachfrist, um seine Schulden zu begleichen, mit der Annahme, dass es keine Flitterwochen geben würde, bis er dies getan hatte. Zwei der Freunde der Familie stellten daraufhin weitere Nachforschungen an und stellten fest, dass sie die Existenz von Redwoods Mutter nicht zurückverfolgen konnten, sie meldeten ihre Bedenken der Polizei. Ein örtlicher Detektiv erkannte die verräterischen Anzeichen von Bocks betrügerischen Aktivitäten und zeigte ihnen ein Foto von ihr. Sie wurde sofort identifiziert. Agnes Otterwe beantragte daraufhin beim obersten Gerichtshof die Aufhebung der Ehe, die Bock nicht ablehnte. In der mündlichen Verhandlung stellte ihr Anwalt fest, dass die Ehe unter den gegebenen Umständen offensichtlich nicht bindend sei, dass es jedoch wünschenswert wäre, dies rechtlich festzuhalten. Bocks Verhalten im Gefängnis war vorbildlich und sie wurde trotz ihres Status als Gewohnheitskriminell Anfang Februar 1912 auf Bewährung freigelassen. Nach ihrer Freilassung arbeitete Emy Bock in einem Altersheim, anschließend als Hausmädchen und unterstützte auch die Lehrer der örtlichen Schulen und wurde ein beliebtes Mitglied der Gemeinde. Im November 1914 heiratete sie einen schwedischen Einwanderer und Fährmann. Aufgrund ihrer Heirat wurde ihr 1915 eine bedingungslose Entlassung aus der Bewährungsfrist gewährt. Allerdings scheiterte die Ehe innerhalb dieses Jahres. Bock kam nie richtig vom Betrügen los und wurde im Oktober 1931 zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, unter der Bedingung, dass sie in einem Heim der Heilsarmee wohnte. Es gibt keine Aufzeichnungen über ihre Zeit dort und es ist nicht bekannt, wo oder wie sie die letzten Jahre ihres Lebens verbracht hat. Bock starb am 29. August 1943 in Oakland und wurde in einem nicht gekennzeichneten Grab auf dem öffentlichen Friedhof Pukekoe beigesetzt. Viele Bücher und sogar Theaterstücke lassen Emi Bock als neuseeländische Legende weiterleben. Ich habe sie noch nicht gekannt, war aber interessant zu lesen. Dir sage ich danke fürs Zusehen und Servus bis zum nächsten Video.